ja halli halli lieben wir sind hier in world of warcraft cataclysm classic client in den wotlk quest sind wir noch verschlungen version 440 ja warum sind wir jetzt gerade hier nochmal direkt danach im anschluss richtig wir wollen hier haben die quest dunkle platten rüstung und item bekommen hier von diesen kriegsgolems sind jetzt gerade nicht hier hier ist ein toter noch mir liegt so ja noch eins da und in der nordend sturm gipfel quest war im angesichts des sturms wo wir die platten rüstung dann bekommen haben rüstung der dunkelheit bringt vier dunkle rüstung zu beruhe eisenbahn in bergfels zuflucht 7 gold 40 24 1255 so und dann können wir jetzt natürlich das gleiche noch mal raus duten das kann mal gucken ob noch irgendwo welche rumliegen so also die müssen wir jetzt natürlich dann noch mal wieder weg machen die möbels noch mal ganz kurz dass hier wieder was und so da unten sehe ich doch schon in den nehmen wir uns auch gleich vor damit haben wir schon mal zwei von hier also wir machen uns gleich weiter machen wir noch ganz kurz ein bildchen für unsere quest so und jetzt jetzt müssten wir bestimmt wieder ein paar hier stehen haben da da ist dort der nächste eisengohle und da ist noch einer so vier von vier abgabe wieder hier oben beim rohr eisenbahn rüstung der dunkelheit vom 7 gold 40 silber 24 255 erfahrung und damit ist die quest beendet ich bedanke mich fürs zuschauen schaltet gerne wieder ein das gerne like und abo da schaltet gerne mal auf mein twitch kanal ist verlinkt im youtube kanal und damit bis zum nächsten mal tschaui